Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. In der achten Woche Fortnite 2 Season 5 müssen wir unter anderem Apfel- und Tomatenkisten im Bauernladen beim Obstgarten zerstören. Das sollte kein Problem sein, also los geht's. So, dann mal auf zum Obstgarten und die Kisten zerkloppen. Dann will der alte Mann sich erstmal die Waffe oben schnappen. So, da haben wir schon die erste Kiste. So, damit sind wir fertig. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!